Shepard, hier drüben! Gut, sie haben's geschafft. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Klar wird es das. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse einschließlich des Vorboten das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Das Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tegel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt! Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Rausfinden, womit wir's zu tun haben. Also gut, dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett. Geben Sie mir. 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 Jetzt oder nie, Admiral. Es geht los. Bestätige. Ich gebe den Befehl. An alle Schiffe. Hier ist Admiral Hackett. Tegel ist unterwegs. Ich wiederhole. Tegel ist unterwegs. Um jeden Preis beschützen. An alle. Jetzt geht's. Das ist ein gewaltiger Phallus. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg, auf den die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Ist das alles? Wir wussten, dass das ein Warbonk-Spiel ist. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Es war schon immer unser Job, diesen Kampf zu beenden. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Scheiße! Wir müssen weg! Los! Ein letzter Sprint. Auf geht's! Los! 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 Und wir sind mittendrin. Na komm schon. Ziehen wir's durch. Scheiße! Nicht mehr weit. Komm schon! Wir werden alle erwischt. Normandine! Hören Sie mich! Evakuierung! Sofort! Während der Reaper schießt... Ich bleibe nicht zurück! Jetzt keine Diskussionen, Tali! Ich will nicht zurückbleiben! Du musst es lebend hier rausschaffen! Tali, geh zurück nach Rono! Bau dir doch dein Haus! Ich habe eine Haltung! Zurück zu mir! Los! Torquen! Ein Durchschnitt! Ja, also! Der 많은 Geist! Der ist so! Lass uns- Oh Gott, sie sind alle tot. Hat jemand zum Strahl geschafft? Negativ. Alle Truppen wurden ausgelöscht. Das ist zu viel. Wir müssen uns sammeln. Zurück zu den Gebäuden. Hammer ausgelöscht. Alle Truppen, Rückzug. Oh, fuck. Komm schon, Shep. Du schaffst es. Wer, wenn nicht du? Halt durch. Nur wenige Meter. Und der Vorbote ist weg. Arschloch. Komm schon. Die Truppen werden uns nicht mehr aufhalten. Das ist es. Die Truppen werden uns nicht mehr aufhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin Ihnen gefolgt, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen Ich glaube ich, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Alles okay? Ich fühle mich wie tot Lebe aber noch Es ist dunkel Menschliche Überreste Ich verstehe Ich bin in einem dunklen Gang Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis Und da wissen wir auch, wofür die Keeper eigentlich sind Hinter den Kulissen, da wo die Keeper sind Und sie helfen dabei Einen Reaper zu bauen Das, was die Proteaner, äh die Proteaner, sage ich schon, die Kollektoren gemacht haben War ja eigentlich Das war ja eigentlich außerhalb des Plans Das war ja nicht normal War ja der Plan B Ich denke mal hier Am Ende der Auslöschung wird auf der Citadel der eigentliche, richtige, neue Reaper produziert Ach und hier kann ich nicht mehr speichern Siehste mal Na gut Hier ist eine Spalte Und noch mehr Gänge wie die, in dem ich vorhin war Ich glaube, ich nähere mich einem Ausgang Schon krass hier Die Ecke der Citadel kennen glaube ich nicht so viele Ich sehe etwas vor mir Vielleicht ein Weg, um rüber zu kommen Gehen Sie nicht zu weit voraus Das davon sieht eher aus wie damals beim Shadow Broker Wo sind Sie denn Ihrer Meinung nach? Hab gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben Moment Ich sehe was Vielleicht eine Steuerkonsole Ich gehe einfach mal weiter und seh mir das an Warte lieber auf uns, Mensch Bleib hier Es gibt noch einen, den wir noch treffen müssen Einen, der auf uns wartet Und der kann nur hier sein Da ist er Ach ne, das ist glaube ich Anderson Aber er wartet hier auf uns Anderson Ich habe sie unterschätzt, Cheppe Was ist denn? Ich habe sie gewarnt Kontrolle sichert das Überleben Kontrolle über die Reaper Und über sie, falls nötig Sie kontrollieren sie Das glaube ich nicht, Admiral Mich zu kontrollieren Ist nicht dasselbe wie bei einem Reaper Etwas mehr Vertrauen Als die Menschheit die Massenportale entdeckte Als wir erfuhren, was es in der Galaxie alles gibt Wollten einige die Portale zerstören Aus Angst vor dem, was wir finden Und vielleicht hereinlassen sollen Aber sehen sie doch, was die Menschheit erreicht hat Seit dieser Entdeckung haben wir uns um 10.000 Jahre weiterentwickelt Und die Reaper werden das erneut für uns tun Tausendfach Aber Nur wenn wir ihre Fähigkeit zur Kontrolle haben Blödsinn Wir vernichten sie Oder sie uns Und diese Chance vergeuden? Niemals Sie spielen mit Dingen, die sie nicht verstehen Mit einer Macht, die ihnen nicht zusteht Das glaube ich nicht Wir können sie kontrollieren Warum soll sie uns nicht gehören? Weil Wir nicht bereit sind Nein Das ist der Weg zur Weiterentwicklung der Menschheit Es gibt immer Alternativen Ich habe mein Leben dem Studium der Reaper geweiht Und ich weiß Dass ich sie mit dem Tegel kontrollieren kann Und was dann? Wir können sie beherrschen Ich sehe, was sie mit ihnen gemacht haben Ich habe genommen, was ich wollte Es zu meinem gemacht Hier geht es nicht um mich oder sie Sondern um Dinge, die viel größer sind als wir alle Er hat Unrecht Hören sie nicht auf ihn Auf wen würden sie denn hören, Shepard? Ein alter, sturer Soldat Der die Welt nur durch das Visier einer Waffe sieht Und wenn er sich irrt? Wenn die Kontrolle der Reaper die Antwort ist? Alter, hast du mal in den Spiegel geschaut Dann weißt du, wie richtig deine Ansichten sind Und an der Stelle ist eine Sache wichtig Die ich, falls ihr euch ganz am Anfang erinnert Mal verfolgt habe Ich habe am Anfang An einer Stelle aufgehört Nach einer Aufnahmesession Und habe nochmal neu angefangen Die Mars Archive zu spielen Weil ich eine Antwortmöglichkeit Im Gespräch mit dem Unbekannten ändern wollte Denn hier ist es so Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die ultimative Die letzte Antwortmöglichkeit Im Gespräch mit dem Unbekannten ist Aber in der letzten Antwortmöglichkeit Die wir geben können Können wir Ne, ich glaube das ist noch nicht die letzte Dann würde das rote nicht anwählbar sein Können wir Die blaue bzw. die rote Antwort Nur dann wählen Wenn wir in allen Gesprächen In Mass Effect 3 mit dem Unbekannten Die blaue bzw. eben die rote Antwort Gewählt haben Nur dann ist die frei wählbar Und ich hoffe Ich habe alle Stellen erwischt Wir werden es sehen Ich werde jetzt hier mal auf blau klicken Das wird noch nicht das letzte sein Denn sonst wäre hier rot nicht zur Auswahl Schauen wir mal Ob es funktioniert Ich hoffe ich habe alle erwischt Wenn wir die Reaper vernichten Endet es heute Aber wenn ihre Kontrolle scheitert Aber ich kann Würden sie die Existenz Der Menschheit darauf setzen Ich weiß Dass es funktioniert Es geht nicht Stimmt Sie lassen es nicht zu Nein Ich habe die Kontrolle Niemand sagt mir Was ich tun soll Ihre Worte sagen alles Sie sind Indoktriniert Nein Nein Sie beide sind so selbstgerecht So eine Macht Bekommt man nicht geschenkt Man muss Opfer bringen Seine Menschlichkeit opfern Sie haben zu viel geopfert Shepard Ich Wollte nur die Menschheit schützen Der Tegel kann sie kontrollieren Ganz sicher Ich muss nur Es ist nicht zu spät Lassen sie uns gehen Den Rest machen wir Das Kann ich nicht tun Kommando Natürlich nicht Sie gehören jetzt ihnen Sie Machen alles zunichte Was ich erreicht habe Das lasse ich nicht zu Sie haben bereits Die Menschheit zunichte gemacht Das ist nicht wahr Die haben die Citadel Und wir kämpfen Gegeneinander Statt gegen die Ich muss nur Sie haben getan Was die Reaper wollten Und tun es noch Weil sie kontrolliert werden Ich Sie sind zu stark Sie sind stärker Lassen sie sie nicht gewinnen Werfen sie die Fesseln ab Lassen sie sich nicht kontrollieren Ich habe es versucht So endet der Unbekannte Wir haben es geschafft Und die Arme öffnen sich Das war's Leute Die Arme öffnen sich Zeit für die Hochzeit Zehn Sekunden bis Kontakt Geschafft Geschafft Tegel hat angedockt Sie sind die Herve Die Arme solliert werden Sie sind die Die Arme A-G발 Säge Sie sind die In der Ja, haben wir. Was ist das für ein Anblick? Die besten Sitze des Hauses. Ach, oh Mann. Wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal hingesetzt? Eine Pause muss drin sein. Anderson? Wach bleiben. Wir haben es fast geschafft. Gut gemacht, Sohn. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke, Sir. Anderson? Nicht jeder kann es schaffen. Shepard. Commander. Ich... Was soll ich tun? Nichts passiert. Der Tegel feuert nicht. Es muss irgendwas auf Ihrer Seite sein. Commander Shepard. Ich sehe nichts. Ich bin nicht sicher, wie... Ich bin nicht sicher. Wettbewerb.... Untertitelung des ZDF, 2020